Markus, was ist denn los? Jetzt öffnest du plötzlich wieder alles. Alles wird jetzt wieder geöffnet. Ich bin schon froh, dass die Hose wenigstens zu ist. Es ist ja Wahnsinn. Du machst doch jetzt was komplett anderes, was du noch vor vier Wochen gemacht hast. Was ist passiert? Man nennt dich ja schon die Drehtür Bayerns. Hallo? Und das ist eine schnelle Drehtür. Du bist ja schon die alternative Energiequelle für Bayern. Ein Söder ersetzt zehn Windräder. Ja! Ja!